Servus Leute, was geht weiter, der Vlog? Erstmal gerade für Pizza gefrescht hier, verschwiert, Thailanden, richtig hier. Heute, on the dark, rasen wir hier auch. Pizza, die sehen nicht so gut aus wie meine natürlich. Ja, hier so seine Pizza ausschauen, hier auch geil. Ein bisschen Morgen. Der Todmusik hat sich alle gefühlt. Ich habe auch Blut. Jetzt wird gepudert und Zähne geputzt, dann geht es an den Schaffen. Halten Sie sich hier. Ah, Ben! Wir haben gerade so einen fettem Pool. Ich bin sehr gut, aufgechillt, verduscht und ungezogen. Und fett, da war es nie mehr. Jetzt gibt es Taco, Taco-Dose. Geil, Salz, Popcorners und Tabelsie. Da haben sie einen Tram blühen früher. Ist nicht geil, die haben alles. Pool war ich auch, habe ich dann gesagt. Genieß, morgen Day Off. Einen Wunsch und guten Morgen. Heute ist Day Off. Heute habe ich es gesehen. Und der Barry hat den Frontflip gefinisht. Ich zeige ihn heute euch. Ich lasse ihn von außen filmen. Wofür entspannt, dass ihr seht, dass es kein Cap ist. Auf seriöse Basis angelehnt. Erstmal fertig machen. Ein bisschen Frühstück. Dann mal schauen los. In geht, mein lieben Freunde. Wir passen das Trampling. Die Damen dort ganz im Spam. Ich habe mir erstmal Backlip die Zeuge angeguckt. Und gleich sollte man hier die Backlip. Und mit dem Ding durfte ich den Rasen mähen. So geil. Wir haben hier eine Wehmaschine. Da kann man die verschiedenen Höhlen einstellen. Das ist das Mähwerk. Drei Plates. Geil. Vierte Truck reisen. Ja. Ein paar Stunden verbringen. Niceness. Wir laufen erstmal auf den Platz. Boah, das ist so geil. Rachel Lifestyle. Das habe ich gecutt mit den Maschinen. Das ist auch hier alles. Gecutt natürlich Profi. Kennt man, wenn man recht scharf ist, ist es warm. Richtig, Mann. Recht so schwarf. Kann man alles mehr. Recht so scharf, wa? Und ja. Sehr, sehr... Boah, diese Palmen. Ihr wisst nicht. Nimm einen damit. So ein Ding. Ich bin hier am Ballen. In Minecraft Basketball. Erstmal gecraftet. Und so ein paar Tennisbälle einsammeln. Aufgechillt. Hier einfach ein fettes Netz. Überall Tennisbälle. Hier so die View. Die ist so geil. Das kann man so geile Picks machen. Jetzt sind wir hier noch aufgeladen. So wildiger. Der Kabelbinde auch sehr richtig. Hier haben wir im Wald. Mal ein bisschen Spiel. Geil. Haben wir hier ein paar Ständer. Hier ist ein fette Kanister. Geil. Überall mehr. Das ist einfach so eine Kirmes oder so. Spannend. Guck mal. Nee. Das ist geil. Das ist auch richtig schön. Schön. Ja, Mann. Geil. Wasserart. Geil. Wasserart. Wochenminutes pro. So geilen Vulkane gebaut. Das ist so geil. Wenn ihr ein Tortoie wollt, schreit es nicht. Vorm mies. Sogar mit Loch. Also Wasserabführung ist auch das so geil. Bisschen hier Mauer. Bisschen Vintage Design auf jeden Fall. Bisschen hier fixiert. Mit paar Muscheln. Super. Ja. Wauw. 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 Es wird abgeschmackt. Geil. Hat halt Ananas drauf mal geguckt. Das ist die Panache. Das ist die Panache. Tschüss.